die 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 er kommt lucky weil lucky ok das war richtig so wie tutopolis immer spielen wo er seine woche zu leben 100 ja weil um von monte und von links stil und nein stil nichts von stil ist die lieblingsstadt nein doch oder die er wisst ihr das stil schwul ist er hat das mal auf zwitschern leistung gesagt klar stil ist nicht wohl und das mein haus ist meint okay okay dass wir es mal das ist nun danke ich habe hier sind die lauten erst ankommen die kampfschritte finde ich persönliche stärker als die technische drei war aber ich will immer noch die letzte die ganze einstellung hier spiel ich spiel keine blindheiten hey wie du kannst du meinen stream gucken ich spiel keine blindheit um die farbe die ich habe ich voll ich nehme kann ja keiner spielt man jagdgewehr und so ich wir haben so kill gegen jakob und gemacht eine erste runde weil dein bod auch schlecht ist er schwer wir werden sie so zerstören wir beide würden irgendwie zählen hier guck ich war eine wand das guck ich bin besser als die ich brauche mit kannst du dir fahren du hast 10.000 wo ist das wo ist das jagd gewährt da im stadt beim baum in der mitte der mitte ist gar keins na klar guck doch etwas von der seite willst du mal meine ar wissen vielleicht markiere sie dir das war vorher meine ar jetzt habe ich eine andere kannst du mir armon geben ich habe acht schuss achte ich habe jetzt nur sieben wir haben eine kugel hatte ich habe acht da liegt ich habe nur gesehen du warst da und dann auf einmal wurden deine waffen gedroppt ich habe mich fand ich feier den das fette punkte dann ist die spiele ich gleich wie viele gegner musst du noch überdauern noch 5000 punkte mann was ist das was ist das für ein geräusch mann aber dann soll es dann jetzt in sein fernseleisen machen ich stehe ich komme gleich zu dir und geb dir ne und gib deinem bruder ne klatsche mann gegner mann das nervt ich kann mich gar nicht konzentrieren mann ich kann mich gar nicht konzentrieren so mann mann Da kommt noch einer zu euch. Junge. Ich bin hier eingebaut, das ist alles hier mein Gebäude ist hier. Alles meins. Er hat mich geschehen. Ich versuche ihn so schnell wie möglich zu killen. Ach Gott. Zwei. Ehre genommen. Junge. Ja. Ich geh schon. Mann, ich stumm dich gleich, Elias. Noch mehr Gegner. Oh, das ist doch ganz schön. Ich muss weg. Sorry. Ich hätte mich nicht gesehen. Dann versuche ich mich zu holen. Ich geh. Ich geh. Aber sohn. Aber da ist ja die Luftteile, was werden wir schaffen? Ich versuche es. Dann hole ich mir noch den Looter. Ja. Das ist meine Lila Pumper. Kann ich mal. Dann geh schnell dahin. Gib mir mit. Bitte. 200. 200. 200. Hier also ein Durchfels. Komm. Mann. Hab ihn gestummt. Da. Hab ihn gestummt. Hab ihn gestummt. Das ist doch ein Jump-Hit. Ey. Wo willst du kommen? Wir so schaffen. Ja. Hast du. Kommt gut so. Voll die Nervensäge. Ja. Der Einer zieht zwei Battle Pass. Ich brauche noch eine Kiste in Wait to Row. Öffne. Wenn da eine ist. Wird eh nicht sein. Wir gehen hier in die Mall rein. Wenn ich da ankomme. Ich muss hier in die Luftzeile und dann. Du musst mir für alles Mut geben. Außer für Schneider. Mann. Das ist richtig laut. Hier neben und hier. Da. Da habe ich auch 150 Leben. Oh. oh, oh. Oh, 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 oh. Ich bin schweif. Oh, oh, oh. Ich komme jetzt weg. Komm hier rein. Komm hier nach unten. eine kiste ist aber so wie es ja ich habe aufgabe fertig danke ich hatte einen fädel jetzt und das zum kleinen wald ich bin hier ja ich bin hier ja ich bin hier und geh raus so hab dich entstammt gegner gegner bleibt drin vor uns gegner noch einer fast tot noch einer was tut einer noch zwei Sorry, I'm low. Hey, I'm low. Ich auch. Hab ihn! Ich hab... Da... Sack. Hast du Lagerfeuer oder so? Bendy's, neun Stück. Komm hin! Komm hier drüben! Ja, Junge, wie die Elmbots haben! Zu dir! Pferd und Pferd, wir haben die Hüte. Ja, die gehen auf mich! Sorry, wenn ich stirb. Noct! Noct! Das noct! Komm! Junge, der... der eine ist auf Noct! Die... die Healing jetzt. Komm hier nicht. Der ist nicht klar. Was ist das? Meine Bearbeit sind von automatisch! Die Busten... Boop! Alter! Und die Kino spämmen! Ja! Weil man Elf Killz hat, heißt das nicht! Kann sein, dass der nur Bust hat! Wir sind nur am Spam! Wir sind nur am Spam! Nein! Warum? Ich spiel keins noch mal! Ist gut! Wie ist das schon am Lecker, oder? Wie schreibt man woow2 nochmal? Ah, ja stimmt! R-O-U-D, oder? Ja! Unser Alec! Unser Alec! Moin! Kaby! Wie viele Kills hattest du Kill? Sechs! Ich glaube nicht! Ja ich hatte drei! Hallo! Wir sind bei Nord Stream! Ich bin Stufe 25! Wo und wo ist der Battle Pass Stern von Woche 1? Oder... Oder Banner? Ja, tatsächlich! Was ist mit Six Leer? Ja, und? Das ist für mich zu machen... Da ist dein Bruder besser als ich! Los! Das ist der geilste Mordmann. Ok wo ist der Ding jetzt? Wo ist der Stern oder was das ist? Hier? Leute in einer Stunde. Ich muss in einer Stunde weg. In China oder? In welchen Filmen? Guck mal ich dachte so. Ich dachte so Pokémon ne? Und mein Freund schreibt so in die Gruppe Endgame oder Pokémon? Pokémon oder? Nein Endgame Endgame. Guck noch Endgame. Digga ich habe Endgame schon geguckt. Ach ne das sei mein Scheiße. Wo denn? Endgame jetzt. Wo bist du jetzt? Guck. 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 Ich habe Woche 2 auch schon fertig. Ich habe Woche 2 auch schon fertig. Stern von Woche 1. Stern von Woche 1. Stern von Woche 1. 3. Ich möchte das machen, weil ich habe im Moment noch küsstet. Der ist bei Lonnie. Alter. Ja. Dann wartet von 7 oder 7. 7 oder 8. Ja. Ich gehe jetzt zu Lonnie. Ja kommst du mit? ich habe die Kiste kurz auf 50 AP und mache ich herzumot doch noch geben der Bettel das kommt mann kann der nicht irgendwie seine dummen kann der nicht irgendwie seine dummen kopfhörer von seinem handy rein machen hey wie man hätte das leer ich muss kurz tauschen dein bruder ich spiel gerade über handy kopfhörer und höre was noch nein ich rede mit Kelten und nicht mit dir ich hab ihn der ist hier ich komm ich komm Kälte ich habe mich nicht ich bin ich bin ich bin ich bin klar wird hier er kann wie ich hab mir abgewählt für dich ich hab mir ich hab mir nicht mehr genau da wurde markiert haben wie ich mag ich dir was erledigt ist Merkel hier ist doch kein Stern wo du markiert hast doch ein Wurzeln im Laufe das war gerade arrogant ich habe mal so ein Basketball gesagt weil die äh ich war halt so AG ne so große gegen kleine ich war bei den kleinen die haben die ganze Zeit den Ball gehabt also die haben nur ihre Hände hoch gemacht ich kam nicht mal an die Hände Eier die waren größer als mein Schädel fünfte ich kann das man siebt Klätschlau ich bin es ist eine die wir kommen da auch in der Zeit hast du Mut? ne dann habt ihr den Nettesten wenn ihr Fußball AG nehmt ihr habt den Nettesten auf der ganzen Schule der gibt mir 3 Euro 50 Karten und ein Mittagessen kostet 3 Euro 50 Dennis sagt immer so muss ja ich sage immer meine Schnur auf den Pass und er so ja muss ja oder du fragst ihn so soll ich den Nettesten Kaffee kaufen und er so ja muss ja ja Dennis auch hier ganz wie viele Metz habt ihr 500 20 Herr Koma Herr Wettbewerber Elias das hat gerade keinen Sinn ergeben du hast gesagt du hast 300 Holz hast aber gleich voll Holz ja ich hab 8 ich hab 852 50 Wollt die Kinder adoptieren wenn ihr meine Freunde noch ok ok ich hab 5 nicht mache ich ja nicht aber ich hab schon eine Kälte mal 13. 7. 6. Halt du mich. die wir erinnern Klaus die hier ist noch mal die Kiste auf er hat jemand mit Papst an für mich mein Nahtkampf Waffen sind mit die neue Empfehlung ja viel Spaß ich werde sterben da ich habe wenn ich wenn ich die Mann keine aber ich bin mein Leben alles mein Mut die Welt so auch an und den kann das mal die Karte er klappt ja weil ich hier sein er hatte gar mehr reist ehrenlos komm komm ihr lebt jetzt gib mir alles wieder Ska die Heavy Sniper juckt mich nicht ich will erst die Heavy Sniper haben ich will ich will ich will ich will immer ein da ist noch einer ja 85 hallo gib mir jetzt bitte die Heavy Sniper ist mir doch egal es war Mann! Uff... mein Scheiß Controller ist einfach kaput. Ich geh auch Masch.. Ich hab keine Munitionsum. Juck mich nicht. Ich bin gestressen wegen meinem dummen Controller. Kann ich Munitions非常 Pres Side-Hower sein? Hä, wo sind die Leute? Ja, innen! Was ist da? So nervig! Statt Moonkisten zu öffnen. Hallo, da liegt doch! Bin ich blind? Dann nerven sie so. Bin ich blind oder? Ja, bist du. Mach hier doch mal wo! Ja, der ist Gott und vom Beck nach unten gegangen! Achso. Weil, weil er in die Sohn nicht bleibt. 157er? Wir sehen das Lagerfeuer, die... Wir sind auf ein Lagerfeuer. Ja. Ich push den, weil ich hab ihn 157er gegeben. Hab null Kills! Dann stopft einer von mir ein Killer. Ja. Hab ihn? Bunker. Ja, weil... Ja, weil... Ja, dann ein Killer. Ich hab keinen Punkt mehr. Schali. Oh, ja, 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 ja. Ich hab nicht meine Tag, also... da... Vorn mit Gegner. Singt das Lagerfeuer Lied. wallmark hier sie stoff sie stoff hat kein schild die klinik die hat jemand dann gebe ich die aufs weiter muni ja okay komm mehr hier 9 20 alle gibt mir noch die Schöpfen sie geht es wieder hier sind die es ist doch egal die Ligte die Verkürzung können die Filipe sagt ihr Köln ich hab drei er hat jemand mehr im Kiel von euch der Werftung ein zwei Schaden ich hab null weil ich hab erst schlapp getrunken hier unter uns da sind Gegner die sie macht 4 oder 3 auf gut gehen ich bin da auch weg Leute geht an auf der Karte ich bin ich mal ein ich bin bei dir ich bin bei dir Hallo die Baller noch mich und nicht auch Volk die Ballern auf dich er war die sind da Der eine ist da. Er flog in Paradise Valley. Ah, ich hab ihn genockt, Junge. Da? Die direkt der? Da vorne aufs Berg. Da, ne? Ich hab ihn genockt, Alter. War close. Der Schie ist kaputt, okay? Wo, wo, wo ist der denn? Hast du ihn erfasst? Nein. Egal jetzt. Lass mal so. Ich hab ihn noch mit Ehre. Ich hab ihn selbst gebildet. Da liegt die Fortnacht zu blocken. Ja. Hey, kann ich nichts öffnen! Können wir? Okay. Ich bin bei euch, was weiß ich. Erst auf Berg. Da. Ah, der wurde grad gesmartt. Von wo wird auf dich geschossen? Von Skywild. Da oben vor mir ist Gott. Ich. 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 Die gehen alle auf Berg, ne? Ja. Die gehen alle auf Berg. Da liegt Loot, wo ich sozusagen den Gegner markiert habe, von Skybase hingewiftet. Ich versuche in die Luft zu lasern. Das machst du immer! Es sind drei. Ja, ein Dreier und ein Vierer. Einer hat Hitsch! Oh mein Gott, nein. Close. Komm! Wohin Tone? Digga, ich hab einen gehabt. Ich geh hier nach unten. Ich hab hier einen Rampolin oder so. Ich hab hier eins platziert. Wiff platziert. Wiff platziert. Wiff markierte. Zone macht Auge! Ich hab hier Wiff. Kann jemand Wiff mitnehmen? Ich hab hier hin. Ich hab hier. Ich hab hier einen geschnittenes Jahrzehnten. Da hab ich Fremd! Ja, ich hab's noch mal schon! Warte warte, warte! Ich muss, du okay. Komm, komm, komm! Einer noch! Das geht doch nicht! Köln Köln da wo wir drauf schießen verliebt mich verliebt mich komm hin Elias hallo Noctur du hast netz ich hab keine netz mehr kannst du kommen können ich hatte gar nichts mehr Noctur ja weil da sind alle genutzt aus einer wir werden bessere Chance Koppel zu wer hat mich tot bei diesem Spiel einfach nur noch abfahrt ist mach ich keinen Druck 3 TV Koppel Skimmels Koppel Koppel ja dann macht der unerscheinlich aber das war kann sein ich hatte drei Lagerfeuer bei der Lektus es gibt schon lange keine Giftfälle mehr 3 das ist immer sehr viel aufs Kuppel doch 3 von Junge, mach, Alter, wie du ständig auf so heftig brauchst. Jetzt geht's nicht mehr so hoch im Sohn. Digga, wie schlecht die sind. Wer muss mich ja lasern? Wer kennt das nicht? Wie schlecht der war, Digga. Mein Bruder ist voll ab. Der nervt mich richtig da oben in seinem One-By-One. Lass mich doch in Ruhe! Das passt grad voll. Boah, hast du Glück gehabt, ey. Let's go, hier, friss den Loser-Welt. Wir haben ja immer noch eine Route. TikTok so guckt, das sieht sofort aus. Ich guck YouTube ganz schief. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite-Betterial hier. Ich will irgendwas anderes bekommen. Ich will irgendwas anderes bekommen. Smoky, 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 okay. Warte, wieviel ich stirb? Obwohl ich schon verzieht. Ich will immer mehr so sagen... Mann, hör auf zu sehen! Halt deine Fresse! Ja, sonst bin ich so rein! Hauptsache! ich flüster was nervt die kämen und ich habe das gleiche und das gleiche denken Hör auf! ich mach Musik zum Zocken Musik zum Zocken Poppen-Ride-Musik Hör mach ich aus, Digga! Hallo? Hallo? Leise! Lass es rein schwitzen! Elias ist mal wieder ein Anti-Team-Mate Mann, das ist immer voll laut! Guck mal, Elias ist ein Anti-Team-Mate doch nicht? Ja, so wird Ich hab Copyright-Musik auf der Scheibe Copyright! Das ist die beste Musik! Copyright-Walks Ich geh zu dir, Kölber, bei dir sind tausend Gegner Ich hab auch nur meine Blower vom letzten Haus von... was wo ich war Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Mittel-Deal! Krass! Läfte-Tel Ja, dann soll er aber jetzt verlassen! Sonst kick ich ihn! Frag uns nicht! Ja! Aber lass uns spielen, als wär das Turnier! Nein! Sag ihm mal, wenn er in 10 Sekunden nicht leftet, krieg ich ihn! Ah, er ist schon draußen! Das ist keine Copyright-Musik! Mach diese Scheiße leider! Du musst auf Google gehen dafür! Auf Google musst du gehen! Oh nein! Oh, Captain! Captain Blaube! Guck mal da oben! Hallo! Mach jetzt bereit in hier aus! Mach doch bereit! Ja! Ich hab' dich ne Stumpke! Ich hab' dich ne Stumpke! Ja! 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 hier copywriting musik copywriting ich hab ne ähm turtle map, das ist genau die gleiche wie du aus Kell ich geh turtle map bei mir kommt die auch rein? sieh zu laut man Copyright musik ok wie? kommt alle meine map man mach es leise mach es leise machs leise mach es leise mach gestalten Prozent wenn er nicht heute ich halte sie sind voll fließt so ein kleiner Lips arbeiten und fällt mal die Schilderbombe abgestimmt ja ich bin mir zuerst zu mir oder noch mal aber auch Skala herrliche Waffen die Dauern spielen als wärst du dir oder nicht Mann alter du spielst du kämpfst in Pyramiden keiner spielt K.O. doch man kriegt ja nur 50 Leben pro Kill keiner spielt K.O. du kannst dich nicht mit tun behalten verhalten äh wer guckt dir zu hör doch auf so laute Musik zu machen ja weil Junge so spielt kein ey der darf wir spielen so wie im Turnier und du schickst gar nichts mehr und du baust dich nur halber ein ja mach mal spiel bänden nö fach nö sag mal wir spielen so irgendwie Turnier und schickst du es immer noch dann haut er ordentlich ab mach deine Taktik mach deine Taktik ey Mann du bist ey du nimmst Shadow Bomb und dann springst du Highground du nimmst du nimmst du nimmst du nimmst du nimmst Wie hat da eine dreckige Taktik, oder was? Ja, was ist? Mann, was ist das? Was ist das für Müll? Und wieso spielst du ehrlich? Ich bin null eingespielt. Nein, hast ja auch gerade nicht ein paar sehr viele Runden mit uns gespielt, hast davor keinen Gruppenkeile gespielt. Ja, ich bin ja auch nicht eingespielt. Das merkt man wie ich spiele. Dann spiel doch mal richtig jetzt. Ja, wie soll ich spielen, wenn ich nicht eingespielt bin? Guck mal, Buck. Wo ist Elias? Hey, wir haben gerade gestartet. Mann, das geht nicht mehr! Was? Bin du Moritz mal? Ja, was ist Moritz? Hör auf! Was ist das? Moritz, was ist das? Was ist das? Ich tu mir, Elias jetzt! Ah! Wala! Mann, von wen ist das? Stopp mal kurz! Ja, ich muss ihn ausstimmen! Ich muss ihn ausstimmen! Mein Ort wird weh! Ausstimmen! Digga, du spielst nicht als wäre das zu mir! Ja, du auch nicht! Doch! Ich bin so wie du! Ich bin so wie du! Spielen! Oder du auch! Oder du auch nicht als wäre das zu mir! Warum geht ihr mich? Warum geht ihr mich? Warum? Weil du auch nicht also bist! Hallo? Hallo! 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 mit was mit shadow worms ich hab schon ohrwurm von noah hier ist er ein stopp der ab nach nur sehr sehr lauter in die ersten ja ein stopp k k Ich hab jetzt meinen Liebzell weiter gestrickt. Wie hab ich, wie hab ich gerade gelasert? Ich hab noch. Uh, wir spielen so weh im Turnier, ne? Schau mal so an. Ich weiß. Ich geh doch noch mehr auf mich. Ich rede mal. Joshua. Ja hallo. Ist das dein Mikro oder was? Ja. Hä? Ich versteh das Spiel nicht mehr. Bei mir ist doch unsichtbar. Hallo, wir spielen so wie im Turnier, Elias. Ach so. Junge. Hat der doch 10 Mal gesagt, ey, doch. Ja, wer denkt, dass du perfekt warst? Ja. Er klaut mir mal den Kill. Ach! Das war ja außerwiegend. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Dann mach ich! Jetzt! Okay, dann mach ich direkt. Fähr und fährst du dann jetzt? Ja, dann muss ich direkt. Ich fährst du mal. Okay, das ist ja. Ich fährst du mal. Jetzt fährst du mal. Oh, ich freu mich an. Ich fährst du mal. ja ich muss auf die leute